Schuhe, brauchst du dich nicht runter, wa? Na, prima! Mal gucken, was das da hat. Ist das eine falsche Pflanze? Ne, Tomatenpflanze. Darfst du nicht. Wie der Wind. Wie der Wind, mein Süßer. Stempelchen. Sui! Komm mal her, Schatz. Na, komm mal her, gucken, was hier los ist. Sui! 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 Du, wie siehst du? Sui hat sie schon mit der Ordnung. Ich dachte, das frisst die eh nicht. Ich dachte, das frisst keine Tomaten. Tomaten. Na, nimmt er doch. Wie die Tomaten frisst. Das ist so. Das ist so. Da hat er auch gefuttert. Gäsebolle. 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 Schönen auf dem Tisch immer rumlaufen. Gehen auf dem Türchen mal rumlaufen. Gehen auf dem Türchen.